Kommt zum Punkt. Der Typ kann quatschen. Er ist ja schlimmer als Preston. Schlimmer als die Polizei erlaubt. Heute ist Mittwoch. Ich freue mich morgen, wenn ich sie in der Unterlage holen für meinen Schreibtisch. Und er hat mich daran sehr erfreuen, wenn mein Monitor etwas höher steht. Da kann ich ja unten noch ein paar Sachen in den Räumen, die nicht unbedingt dann hier mal auf dem Schreibtisch rumlegen. So was die Batterien, Buschbohnen, Backmischung von Cookies. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Aber so ist es nun mal. Da. Da. Da muss man hin. Da müssen wir hin. Eine Rettungsmission, ein Rettungshaus, äh Krankenhaus. Ja übrigens, wenn meine Kleine wieder wach wird, das müsste jetzt ungefähr langsam die Zeit sein. Nicht wundern, da werde ich ganz, ganz kurz und schnell Cut machen und dann gehe ich schnell zu meiner Maus. Und, ähm, ja. Hier kommt ja eigentlich meine Nähe. Okay. Hätte ich nicht so früh sein sollen. Ach, legendärer. Deswegen kam der auch meine Nähe. Ich helfe dir mal. Mein treuer Genosse. Ach, darf man ja nicht mehr sagen. Ist ja russisch. Meine Güter. Ich bin ja gleich die Staatsverräter. So. Kronkurken. Ja. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Journal? Das ist ja die Fallschäule, Patrouille, oder? Ich habe mich doch jetzt ein Jahr geführt. Oder eher nicht. Dann wollen wir mal gucken hier. Aufzug ist außer Betrieb. Ein Tafelmesser brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Kommt hier runter. Das heißt, ich habe nicht so eine Arminiade von Schülern. Die sich gerade freuen, dass es das Essen gibt, was es da ist in der Schule. So. Ach, der war schwanger. Ich habe einen schwangeren Ghoul erlegt. Was kommt denn da rein als Zombiekind? Wie lange dauert meine Schwangerschaft? 100 Jahre? Ja. Vergeudete Sturmfeuerzeug. Okay. So. Da. Ja. Ja. Gut. Haarklamm ist immer gut. Das bringt nichts. Noch ein wilder Ghoul. Ach, hier in der Seite war immer einer. Er hätte aber auch dort. Ist noch nicht mal ein legendärer und der ist so kraftlich. Wir haben alle mal hier gearbeitet. Na, nehme ich mal mit. Nur mit Passwort. Dann schauen wir mal, ob es nämlich ein Passwort irgendwo gibt. Shit. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Bin ich jetzt eingesperrt? Ah, nein. Doch nicht. Okay. Also ich habe jetzt nichts besonderes mehr entdeckt. So, benutzen. Mal gucken. Luftschleusentür öffnen. Warum? Okay, nochmal. Okay. Jetzt geht das schon wieder los. Ey, ehrlich. Warum? Ist halt jetzt ein Back im Spiel, oder was? Geht hier irgendwie ein Keller? Oder sowas ähnliches? Aufzug außer Betrieb. Am Anfang hatte ich nur vier oder fünf solche Haken. Da muss man aber klarkommen. Was wäre es? Sicherheitsalarm. Hier ist aber auch nicht weiter. Ich habe das Gefühl, das Ding hier ist der Kasse. Da ist auch noch Ena. Sicherheitsalarm. Gut. Okay. Ich habe echt das Gefühl, das Ding ist eine Sackgasse. So. Mach mal Hände jetzt. Sonst werde ich alt und grau. Boah. Leck mal im Arsch. So. Gut. Manche Wartezeit. Hey, ich glaube, wir kennen uns noch nicht, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Entschuldigung, aber... Du bist nicht Preston. Du bist nicht Preston Garvey. Wie bitte? Ich kenne Preston Garvey. Und du bist nicht Preston Garvey. Oh scheiße. Äh, reden? Hallo. Reden? Reden? Dann würde ich mal mit mir reden, oder? Was ist denn das hier? So was soll es ja auch geben. Entschuldigung. Vielen Dank.